hallo und herzlich willkommen heute ist wieder euer deltacraft da mit jemen suchen und zerstören und auch mal wieder black ops 2 waffen werden besser ich hoffe die lachs sind es nicht gern zu toll und aus irgendwelchen gründen lag es gerade heute so sonst gar nicht mal ich habe die graf ein bisschen tiefer gestellt und hoffe es bleibt immer noch denn bei 1600 900 lief ist ein bisschen leckmäßig so tiefer ist stell so leer und mehr lecker tut es geht eigentlich das war jetzt ist gut da habe ich aber schon schlechte erfahrung mit genau du musst es ist alter wie ich diese asozialen hasse der glück gehabt wirklich der recht glück gehabt scheiß hatte glück gehabt weil das weg ach du meine güte das ist präzision und reflex immer noch bei black ops soweit judy sehr gut gesehen möchten die immer noch sehen aber ich meine überlebt nicht ne ich meine überlebt nicht es wird so auf auffällig läuft da ob der kopf gar nicht nach links kann ich nach rechts glaube nicht überlebt und denn wenn denn mit viel glück wenn ja siehste er läuft viel zu offen das ist auch eine geile idee ich krieg das zwar nicht hin damit genau wie er ja läuft aber auch eine geile methode nur hat er halt nicht gesehen weil auf der anderen seite hingeguckt hat ja hacker 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 alter suchen und zerstören lassen set weiter geht das ziel beschützen ziel leckt mich arschloch geht jetzt oh ist das hell gibt ja gar nichts die runde haben wir verloren aber es ist noch nicht vorbei halten sie auf da hat sich er ist erledigt die mausentfindlichkeit in halbzeit suchen und zerstören nicht nur gibt es gar nicht die option was ist das denn das ist nicht total hell aber ich muss das komische Müllvisier mal rausnehmen komische T.O.G komische T.O.G weiß nicht so ganz mein Fall lol komische T.O.G komische T.O.G komische T.O.G komische T.O.G kein schalldämpfer so wirklich drauf hat sie wissen immer alle gleich wo man ist ja das ist auch eine schwiese P.D. äh MP ist das MP7 und dann schnell im schießen ja Sache wird schwächer ich sehe schon drei abschütze drei Tode ist nicht ganz so toll muss aber auch das A.O.G muss aber auch das A.O.G mal runternehmen gut bis dann auf wiedersehen tschau P.O.G